ein funktionales Insektenhotel. Dies umfasst die Verwendung von natürlichen Materialien, die den Bedürfnissen der Insekten entsprechen. Röhrchen aus Bambus oder Hartholz mit glatten Innenflächen bieten ideale Nistplätze für zum Beispiel Bienen. Die Durchmesser der Eingänge sollten variieren, um eine breite Palette von Insekten anzuziehen, von 2 bis 8 Millimetern, um unterschiedlichen Arten gerecht zu werden. Bei 10 Millimeter breiten Löchern gehen Bienenmännchen gern zum Übernachten hinein. Die sorgfältige Platzierung des Insektenhotels